das ist wenn schon denn schon privat das gehört hier nicht hin habe ich recht jetzt warum findest du mich attraktiv du bist nicht hässlich das hat meine frage ist das hat meine frage nicht beantwortet du bist eine hübsche so attraktiv ist so ein bisschen hart weil ich so was im live zu fragen ist ein bisschen hart oder findest du mich sexy das ist doch was ganz was heißt denn attraktiv eigentlich so was ähnliches wie schön aber auch attraktiv attraktiv okay kann man so sehen oder wenn man ehrlich das wie alt bist du eigentlich noch 21 21 ich bin 42 das ist einfach das doppelte von mir man hat sich nicht mehr ja ich habe einen anruf bekommen ich habe gedrückt jeder eine rose leute jeder eine rose okay wenn ich die runde gewinne dann schickst du mir deine nummer das ist ja mal wohl offensichtlich dass du das gewinnen wirst ne das war ein bisschen sag mal jasse ich hab mal eine frage spielt alter für dich so eine rolle oder eigentlich nicht nein aber wenn die wenn die frau reif ist im kopf kummer ist der alter wenn man zu alt ist spiel schon eine rolle wenn zu viel ist aber wenn die chemie passt ist doch alles okay oder nicht hast du meine freundin oder frau ich frage liebe frau wieso ist dein ernst es gibt leute die hat noch nie eine freundin auch in deinem alter nicht gibt die sagen ich genieße mein single leben ich will nicht will mich nicht bin ich will alleine alt werden gibt freundin ist nicht frau ich frag mal anders eine liebe also eine längere liebe das hatten wir das thema letztes mal aber irgendwie warst du dann weg vom fenster ja klar hatte ich eine liebe schon lange her manchmal ohne frau ist oder ohne freundin ist manchmal so man hat kopfruhe kennst du das ja aber umgekehrt doch genauso nein der mann stresst nicht wie die frau ehrlich ist doch aber ich ich sag das von mir ich rede jetzt von mir der mann stresst nicht so wie die frau die frauen sind echt die wollen viel vielleicht bist du kein mann der kopf schmerzen macht aber die männer die auch richtig schlimm sind ich komme ich hasse was ich nicht mag wenn du jetzt zum beispiel einen freund hast ja der so klebt kannst du das kennst du das richtig klebt das ist nicht schön aber oder wenn die frau klebt so so die wollen einen ersticken das ist nicht schön aber in welchem sinn von klebt was meinst du denn die viel liebe gibt oder dir keinen freiraum lässt ja sowas wenn du eine frau wenn man eine frau freundin hat will man doch viel liebe ist doch klar das ist normal nein es gibt viele die sagen nee ich will auf abstand ich brauche bisschen abstand damit das vermissen stärker ist gibt es ja aber da stimmt irgendwas nicht mit dem mit deren kopf viele männer die so sind die sagen ja wir sehen uns jetzt nur so einmal die woche weil sonst vermisse ich dich gar nicht und dann ist so langweilig ich kenne das nicht so wenn 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 da liebe im spiel ist dann will man die person öfter sehen ja ich bin der selben meinung es gibt viele die sind nicht der selben meinung das ist keine liebe fragt doch deine community die werden wir sagen dass da sind stimmt einige dabei die sagen ja man braucht abstand sonst ist kein vermissen da wenn man eine person liebt will man gar keinen abstand man macht seine sachen meine seine privatsache dann kommt man kommt man wieder dann sieht man sich jeden tag vielleicht passiert ist kommt da was dazwischen ein tag nicht okay aber dann ist doch automatisch die fehlt mir ich muss sie sehen ich ruf sie jetzt an ich fahr zu ihr verschwinden oder auch andersrum aber so es gibt ein sprichwort der mann kann man kann nicht ohne frau und auch nicht mit es funktioniert nicht also jemand der so ein zwischending macht oder wie nein natürlich ich bin auch keiner der der sich jetzt mit irgendwelche trifft und irgendwas macht so bin ich nicht ich finde dass wenn damit kann nicht mit und kann nicht ohne man kann nicht mit frau leben und man kann nicht ohne frau leben das heißt die frau gehört einfach zum leben manchmal nervt sie aber sie gehört zum leben punkt zu einem mann oder nicht was ist denn mit dir was fragst du mich hier aus erzähl mal von dir warte ich bin habt ihr euch nicht gestritten letzte mal wieder wir haben diskutiert vielleicht waren wir ein bisschen anderer meinung aber wir haben nur diskutiert richtig jasmin meinungsverschiedenheiten ja das passt das ist normal aber streit sieht anders aus schreit ist ich würde mich doch nicht mit jasmin streiten sie ist jasmin guck mal weißt du wie du bist jetzt wie du bist du bist du bist eine du bist die küpfe 100 prozent aber wenn du deine liebe findest ja du machst alles für den mann ja bin ich auch alles egal was er die macht und ja aber das muss dann auch jemand besonderes sein besonderes oder nicht besonderes du musst verstehen was ich sage wenn du deine liebe findest egal wie aussieht egal was wenn du die liebe findet wenn du den deckel vom topf findest ja ich glaube du würdest alles für diesen mann egal was er dir sagt ohne zu zögern und wenn man einen menschen liebt verzichtet man auf viele dinge dann sagt man sich okay ich liebe diesen mann ich brauche nichts anderes ich habe ihn gefunden er will mich so an den ich so liebe würde auch dasselbe für mich auftun weil sonst würdest du mich gar nicht in ihn verlieben sie ich doch nicht ich kann nicht erst bei dieser die aktiviert bei dieser aktiviert du musst du musst offline wieder online gehen hier ja ich habe ihn gerade gesehen aber er ist jetzt wieder weg warte da steht einladung deaktiviert aktiviert wala verstehst du du bist du bist sowohl du hast du hast den deckel noch nicht gefunden du hast den mann deckel auch noch nicht gefunden ja okay aber du hast den mann auf den du auf schaust noch nicht gefunden ich werde nicht aufschauen wir sind gleichgestellt dann weißt du nicht wovon ich rede dann erklär mir das doch wenn wir mal über was anderes reden nein diskutieren